Und wie bleibt euch jetzt? Jetzt wollen wir mal endlich mal aufs PWT bedrehen. Jetzt müsste hier irgendwo sein. Jeppe, im PWT sind wir jetzt noch. Und wird hier noch irgendwo eine Attackfolie sein, wobei wir wollen oder was sagen. Da werden wir. Was sagst du denn? Das ist nicht ein brechiges Gebäude. Das sieht so klein aus. Das ist da auch noch der Pokémon-Boy-Turm. Da kriegt jemand den Mund dazu, oder? Den Kopf mal mit. Das muss ich wahrscheinlich echt antun. Was ist das für Statuen, Mann? So, ich möchte euch dann ein bisschen Amoria-Tunier-Zeit zu nehmen. Das ist die Geschichte. Das war's... Wann ich dann endlich mal raus. Da lieg ich mich mit meinem Körper. Ich habe weiter raus. Komm schon schauen. Soll ich... Du hast einfach immer besser loszuhören... Oh, Mistybien ist... Keine Ahnung, mein Interessantes... Na schön, dann wiederum... Mal nicht so ein reiner Geo... Ich muss es seltsam machen... Solltet... Ja... Sonst kein Wohnekontom ist... Was schaite ich jetzt machen? Ich muss diesen Scheiß jetzt echt machen... Soll ich dann wiederum? Ja... Ja... Ich muss den Schrauch und die Schrauchle... ...de Schrauchle... Ja... ...und Admirale. Was haben wir denn da Schönes? Ah, ich könnte erst den Lampon So bescharen, da ist so komisch, dass er auch mit Der Rest will nicht durch. Aroma ist was So was von klar, dass wir gegen unseren Freund Konnen kämpfen müssen Ich dachte aber erst im Finale Huuu, da Ernsthaft, du bist raus, wobei die gar nicht von außen Ja, wir suchen nach einer bestimmten Töne Nein, je Huuu Na, jetzt guck ich irgendein Kunde gegen da Jetzt Na dann haben wir die Jetzt Das ist ja Ach so Was soll das ja ein Ich muss doch es für die Zeit Das ist ja ein Ja, jetzt Ich muss jetzt ein Wettbewerb 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 Ich hab das zu machen, ich hab's gewonnen. Ich habe die Bisse gewonnen, die ich alleine habe. Oh, ich meine Bisse, die ich alleine habe. Ja, die Bisse! Oh mein, ein Gericht. Ach, ich würde mal das Gericht wieder zum Pokémon, was sich auch einstellt, darauf, welches Anfangspokémon er nennt. Na ja. Na, wie teuer bist du? Tja, das war wohl eher eine schlechte Vorstellung von mir, was? Eben auch ordentlich, dass da auch... Ich weiß nicht, dass da auch noch stärker werden. Tja, wenn du das meinst, dass du immer die Chance geben kannst, dann ist das, wenn du das gerne willst. Das ist ein Mensch, der ist ein Mensch. Wenn du mir das Gefühl hast, dann können wir das nicht mehr machen. Du schaust dich, du bist nicht mehr schlau. Du schaust dich, du bist nicht mehr, wenn du nicht mehr schlaust. Du schaust dich, du bist nicht mehr schlaust. Was? Ich hab die Tonne gesehen. Woher Clown da schauen wir, sind dann doch diese Akromos hier hin. Sag mal Clown. Nun dürfen wir in der finalen Runde gegen Akromos kämpfen, Leute. Wir wollen Clown gegen alle drei Kante gehen. Und nochmal ein Aruma-Kampf, Leute, du geschein! Ich wollte wieder einen ganz glädig zu sein, hier. Du hast doch auch gelungen, dass der in Bandle-Siegel nicht schlecht ist, hier nochmal ein Dach aus. Natürlich. Zeige, der bleibt mir nicht. Teil war ich gerade. Ist mein Trainer? Ich sage ihn ja leider. Er hat sich ein bisschen warten sollen. Ich habe ein bisschen mehr aufgeschlagen. Ich denke, ich habe noch viele körperlich geschossen, aber ich habe noch nie etwas geblieben. Ok, es ist ein bisschen mehr, ja. Ich finde es ja in der 2. Ordnung hier bin. Ich bin sogar in der 3. Oh! Die Verkleidung von Pippa Chiller. Ja, kann ich nicht. Aber ihr seht schon, Akrobatik ist ungeschlagen. Oh, Attacke. Oh, ich bin mal eindrückt. Ich bin an der Pippa, weil ihr seid auch wirklich stark geworden. Und es rein geht an der Hafer oder Klau. Hälter. Hälter. Ich weiß. Das ist wie alles vor. Das ist doch nur Quatsch, was er hat. So. Die Köpfe kriegen Aromas. 100%ig. Hey. Was für ein... Für ein Grün mit Aromas gewonnen hat. Nicht froh, dass überhaupt nicht. Aber ja. Es ist nicht okay, ob er dann schon einmal ausfühlt auch hin. Oh, jetzt lieber Keiner ist für ein Grün. Oh ja, es ist das wirklich. Huuuuuuu. Häään, dass er mit Ihnen geht. Hääääh. Häääh. Häääh. Das Finale in Ahoma stimmt gar nicht. Als Akademiker bin ich freilich stets auf der Bühne für Bau und Fakten. Nach der wissenschaftlichen Bauheit. Und zum Beispiel möchte ich die Dürfte auf der Bühne anrufen. Die Dürfte auf der Bühne anrufen. Ich hoffe ja, der Kühle ist mir vor, dass man Brauenswelt ist. Es ist ein Trainer, wenn es ein Pokémon besteht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe den Kühle Kühle 2 im Anime gesehen. Total seltsam Motiv. Ich habe den Kühle Kühle 2 im Anime gesehen. Magneto-oom! Auuuuuhhhh, das ist nicht da ein Pokémon. Auuuuhhhh, das ist nicht gut! Das ist wirklich. und die rufen doch zurück und die rufen doch zurück ich muss mal mal die G-Torn ich kann mich nicht mehr fangen ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe Oh Gott, so... Hat das hier eigentlich nicht zu sehen, ne? Dieser Sittan kann nicht zu sehen, weil er nicht schaukelt, er ist nicht zu sehen. Ja, kann nicht zu sehen. Das ist so, ich sehe, es wurde gesehen. Ach ja, jetzt weiß ich, wer den Jack gelernt hat. Und zwar, mein... ...mein Amphoros hat... ...ehm... ...hat Juwelenkraft gelernt. Das war's. Ich wusste auch, wenn er ja verkehlernt hat. Die Juwelenkraft ist echt super, Alter. Oh, ein Klick! Ich habe überlegt, ich darf wieder reinlegen, dass die Amphoros raus... ...dass die Video sich lossteht. Ja, ein Schmocker bringt wieder mal mit gegen Klick. Nein. Aber wir können trotzdem einsetzen. Dann schauen wir doch auch zu der Wooden-Mailer hin. ... ... ... ... ... Glück, siehst du es. Oh, ich zieh das. Oh. Ach, ich verstehe. Das war gar nicht so viel ab, aber man hat. Das macht ja mehr was denn. Was hat die Punkt, das? Es ist gleich heute schlecht, das hat mich wirklich. Ich kenne uns. Ich kenne es gar nicht. Ich kenne es wieder mal. Ich kenne es. Das finde ich. So. Wie schön wie Text-Infobox mein Bild verschandet. Wieso habe ich keine Augen, Leute? Ich habe keine Augen, hallo. Das Bild verbracht, ja. Und ich kenne es. Ich kenne es. Ich hatte eine Kulose, aber die Kulose. Ich kenne es. Was für uns halt Leben die denn? Das ist ein Glück, du hast zwei Lust mehr, dann. Na ja, turnier. Du hast uns die Bürgermeister. Das ist Leben. so wie viel schickern ich hab ja auch die Kampflug über einmal gemacht ich bin mir überlegen ob ich vielleicht mal 15 Windpunkte machen dass ich über die KM Groschbruch holen kann Mal sehen ich hab's noch ein bisschen mehr Einsatz mit KM Groschbruch ich weiß nicht mehr, ich hab's noch nie Ich bin ein bisschen zu kämpfen, ich konnte nicht bleiben Ernst, das ist der Ginder des Gämpfens Ah Abschock Oh, wir sind eh schon wieder angeschafft Das war ein bisschen zu fern oder jetzt aus der Welt Zeit auf dem Ruder-Kampf Ich finde das, auch noch was ich die Worte komplett zu ner Runde soziieren. Und die Worte wachsen. So, was ich hier drin will, ist eigentlich den Namen der Kattenbeibringer. So, kann man eigentlich hier reden. Punkte 1000. Ach, hier kommen wir in 1000. So, was geben die mir denn? Da wird hier einer schon. Ja, hier das Durchbruch, wo ich gerne haben. Ich habe 4 Rundpunkte, das heißt, ich glaube noch den einmal kämpfen, glaube ich. Hier geht der was anderes an. Ja, da wird die, oh wir können vorher sein, glaube ich. Ein paar Steins hier. Aber das hier. Das hier werde ich nachher kaufen, sobald ich die IT im Donner habe für mein Amphoros. Das ist... Ja, wer macht das? Zuschauer. Ich würde es nochmal achten, wo man ist. Ich dachte, wir müssen sagen, hey. Da können wir endlich verlassen. Und ich suche jetzt nach dem... Attackenlader. Ja, da musst du ja auch an Bohm ein. Ja, und... Die ist schon gut zu bringen. Ja, okay. Ich würde Dura... Es sieht ja aus wie vor der Tags. Ich würde das bei uns mit Dura-Mann erwachsen. Ja. Ich würde das mal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde das sehen. Und da, ja komm mit da. Oh mein Gott. Es ist notwendig, dass die Euronase in solche Gefährdeseeinlegenheiten steckt. Kann nicht sein, dass es... Vor der Beihand hat Dennis Jura. Für ihn meiner kleinen Schwester. Die haben wir die... Ich muss ihn beschützen. Ich muss ihn beschützen. Sozusagen. Ich halte doch nicht. Es ist kein Mut, dass es Klo handelt. Er sagt, dass er drinnen kann alles schaffen. Wenn er seine Seite hat. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Ältere Bogen sind durch. Hokebälle mit einer Verbunden. Wie denn das? Hm. Und das? Stimmt. Das bedeutet, dass er drinnen und seine Pokéball... ... die Pokéball... ... immer flüssig macht. Oh, eigentlich schon. Okay. Hm. Ich kann Fachte sein. Gucken wir mal, was der Rest machen wir hier. Again. Ah, Tachen voll lernen. Tachen voll lernen, ich würde mich aber nicht an. Was ist Tachen voll lernen? Ah, wenn Tachen voll lernen? Natürlich! So kann man erinnern! Gucken wir auf alle DÜ recorded. im doch und ich gucke mit Käfer-Attackung, ich will ihn ja klar, und mit Evi Röder, dass ich mich nicht genau weiß, dass ich mich nicht weiß, dass ich mich nicht weiß, das Ding viel Ende dabei, viel Ende für, ich würde sagen, viel Ende, super, jetzt haben wir eine gute Attacke für mich ab und rein, Ich bin nur noch ein bisschen dran, als ich das mache. Ich muss es nicht mehr sehen, dass ich da nicht mehr so sehen kann. Ich kann das gleiche sehen. Ich kann das gleiche sehen. Ich kann das gleiche sehen. Amphores müsste ein paar Schläge lernen können, oder? Ja, Feuerschlag, kann es bei dir. Das werde ich auch glatt tun. Doch, wo nehme ich? Nehmen wir den Donnerschlag weg. Ich bin mit Leckzacken in der Bohne. Das kann jetzt mal eine Feuertage werden. Ich werde lieber gegen die Schacht Stahlkuchen angucken. So, das wird jetzt noch dieses Platz. Kann doch irgendwas... Giftstreich, Blutzerne, Steine... Ne, oder das Horrorblick, also. So, dann möchte ich das mal einen Cut machen. Bis gleich! Oso, das war's! Das war's! Und das war's! tumor! T 어디?